hallo ich begrüße euch alle auf meinem kanal conny canarias spanisch lernen mit conny ja und ist das nicht wieder ein traum ja so wie fast immer hier bei uns so heute machen wir wieder ein bisschen vokabeln denn das ist ja das a und o wie man so schön sagt sondern sind wir mal in der natur unterwegs und fangen wir mal an wir haben der berg la montagna la montagna der hügel la colina la colina der baum el arbol el arbol die blume la flor la flor der fluss el rio el rio das tal el valle el valle die schlucht el barranco el barranco ja hier haben wir den barranco von maspalomas die schlucht von maspalomas ein hügel kann man sich mal runter rollen lassen aber in der schlucht kommt das dann doch nicht so gut so dann haben wir den see der see el lago el lago das meer el mar el mar der wald el bosque el bosque das gras el cesped el cesped immer wieder schön wiederholen und laut vorsprechen immer wieder so und dann haben wir mal die tageszeiten und das wetter der morgen la mañana la mañana der nachmittag la tarde la tarde der abend und die nacht la noche la noche die sonne el sol el sol davon haben wir hier mehr als genug und das ist auch gut so die wolken las nubes las nubes der regen la lluvia la lluvia la lluvia der wind el viento el viento el viento der nebel la niebla la niebla der schnee la nieve la nieve und schnee brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht denn uns gefällt das hier ganz toll mit unseren sonnentagen sondern haben wir hier noch ein bisschen was da geht es um das essen das brot el pan el pan das fleisch la carne la carne der fisch el pescado el pescado das hay el huevo el huevo die kartoffeln las patatas aber hier heißt das las papas las papas der kese el queso el queso el queso die torte la tarta la tarta die kekse las galletas las galletas las galletas und für den abschied das eis el helado el helado ja dann schön wiederholen und wir hören uns la próxima vez das 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 das